Die, die bringen Rohöl per Schiff nach Karlsruhe und dann machen die das zu Benzin und dann nimmst du das mit. Ja gut, aber das Rohöl, das kommt ja nicht von Mannheim. Turn right! Ja, warum fährt denn das Rohöl? Ja, wer weiß, wird schon seine Gründe haben, also irgendwas ökonomisches. Ja gut, aber irgendjemand hat da bestimmt eine Berechnung angestellt und festgestellt, okay, per LKW ist günstiger. Ja, das ist, ähm, wie was ich eben gesagt habe, Kapazitäten und Notfallwellen nicht weiß. Ja gut, bei Niedrigwasser, bei Hochwasser, äh, gibt auch immer Probleme. Ja, wobei die Bahn, die hat jetzt auch, äh, die spart jetzt alles weg. Strecken, Gleise, alles Mögliche und dann muss man sich nicht wundern. Ja, ja, das ist, ja, das wird sich in den nächsten vielen Jahren noch eine Entscheidung entwickeln und verwandeln, aber dann sehen wir mal kurz, sehen wir mal, wo die Reise hinfügt. Ja, jetzt haben wir die große Koalition, jetzt können die weiter, äh, Mist bauen. Ja, da fahren jetzt gerade ein paar Express-Autos auf der linken Spur, die, die ein bisschen schneller fahren wie 130. Ach so, ja, das immer, haha, den ich auch nicht kenne. Haha. Ja, klar, nur, äh, dann fahren die halt schnell in den nächsten Stau. Ja, auch so ist schon der Stau, so, der führte wieder. Ja, aber solche Sachen kannst du eigentlich nur Sonntagmorgen zur Nacht machen, wenn alle schlafen und, äh, ja, dann kannst du auf der Autobahn Gas geben. Ja, ohne schlafen aber ein Raus entfalten. Ja, nur dann kannst du die volle Geschwindigkeit entfalten, aber so, da wird dir immer irgendjemand ausfahren und, äh, ja, ausbremsen. Ja, aber das kann man ja wohl auch ausbefchern, wenn man auch das beschleunigt, bis sie genießen. Das Radfahrt ist nicht. Das ist eigentlich sogar das Beste, wenn du eine gute Beschleunigung hast. Ja, ich bin. Du hast doch, wenn du leer fährst, dann hast du doch auch eine gute Beschleunigung, oder? Ja, das ist so wichtig. Das ist ein Problem, dass du dann direkt sagt, dass ich da unten bin und dann macht Funktionen in die Runde. Na ja, schwierig. Was machst du, Uri? Ich bin gerade vor dir. Ja, du bist der Freund. Genau. Ich fahre jetzt nach Hause. Ja, ich darf nicht. Ich bin gerade auf dem Zentimeter hochgezogen. Ich lebe da auch noch ein bisschen tiefer. Also es hat alles wunderbar funktioniert. Ja, ich habe nicht. Ich kann was mit den Antennen. Es gibt eine Antenne, das hat die 119 km. Ich habe die sich jetzt noch geholfen. Das ist eine amerikanische Antenne 139 km. Und dann ist er eine booster Artikel ab. Ja, ich kann es mit den Polish. Das ist eine andere пятige Antenne. Ich needs international baby. Und das sind einfach mehr diese Antenne dergliche Antenne. Die grössend hier in der بنige Antenne, die Antenne kommen jetzt nicht Country, oder? Ich habe nicht Live aus dem Armin Orgren. Die Antenne ist ja nicht mehr so großartig. Ich muss nach vorne an die von Kalina-Denemann. Nein, nach Englert. Ich habe schon die ganze Zeit versucht, aber wahrscheinlich ein bisschen aufnehmen. So, dann probieren wir mal. Machen wir mal, ich beginne mal. Das ist ein Flugzeug, ne? Herr, gib mir doch mal bitte ein Rufzeichen, dann sag mal noch deinen Namen. Ich möchte das mal notieren gleich. Mein Rufzeichen heißt, oder? Okay. Ja, genau. Jetzt habe ich jetzt nicht weiter. Oh mein Gott. Nein, so. Ja, jetzt habe ich was, was passiert? Ja. 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 Sí. Keep right, and then exit right. Exit right. Exit right, and then turn right. Turn right. Exit 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 right. Die aber selber, ich meine, wenn ich mir sowas mache, was mich verschönern sollte oder was irgendwie toll aussehen sollte, dann möchte ich das doch selber sehen. Dann möchte ich das doch selber sehen. Das hatten die ja, das machen die ja, deswegen dann nicht zu den anderen Leuten, die denen das gefällt. Ne, 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 die wollen sich ja damit zeigen, die wollen sich ja damit interessieren. So sieht es ja nicht aus. Du siehst ja auf dem Hose auch kein Tattoo. Du würdest auch gerne ein schönes Tattoo gehabt haben. Auf dem Rücken oder auf dem Arm. Also, die ist ja einfach die Rosen. Die Arbeiten von mir hat eine Hose und ... Die ... die ... die Hose, wenn ich sie nochmal an, auch nicht. Ja, die Dreh, die sind ganz gut geworden. Wir wollen hier nicht hin. Ja, hier sind 20. Wir haben 20 bis 20. Hier waren gewandt. Er hat immer einen Schuppel, dass du die Klamotten mal da runterziehst. At the roundabout, take the second exit. Exit now! Ja, genau so wie ich das begreife, wie ich ja bei uns im Heli finde, da ist ein junger Mann, der da arbeitet, der hat immer die Hose echt schon fast ein bisschen fliege. Ich weiß nicht, was dann dann toll sein soll. Du siehst kein Arsch? Die Hose war auf Heifer. Das hier dieses tolles Warten. Ich meine, er sieht so toll aus, ne? Schönst du dich? Keep right! Und dann exit right. Ja, weil du siehst. Die Hose auf Heifer. Exit right! Ja, wir haben nicht mehr, weil du siehst dir am besten in den Hock. Wolltest du das? Ich sehe, ich sehe hier. Nichts, Leute, ich sehe hier. Die Zeitplanentieren? Ja, das ist ein normaler Platz. Wenn er heute fliehen wird, dann soll er wieder aus. Nein, ich muss gegen 8 und 9 aufstehen. Geht ja noch. Ich wollte gerade sagen, dann kann ich auch langsam schlafen. Ich will aber nicht schlafen. Ich merke das ganz genau. Wenn ich zu wenig schlafen habe, dann werde ich nicht schlafen. Und genauso wenn ich zu viel schlafen habe, dann werde ich auch lustig. Ganz schön. Ich bleib dir einmal lang hier in der ganzen Koste. Nur auf der ganzen Koste. Wenn du nötig bist, dann kannst du nicht schlafen. Dann kannst du nicht schlafen. Ich muss nicht schlafen. Ich muss nicht schlafen. Nein, ich muss schlafen. Die Schlafen kommen nach dem Koste. SagalHere ist es nur. einer Kehre, Frau mit einer Kaasche. 21,1 h stutt과 die Stande offenders, Warte, Ari! Warte, Ari! Jawoll! Was ist los? Kannst du schlafen, Ari? Nee, das ist meine Zeit! Jetzt sind wir wieder aufschöne Schlafen. Nee, ich habe noch ein Teil, wo ich das klinge. Ich habe noch ein paar Tage mit Daten für den Luftflug. Warum macht er immer 50,000 Euro oder was? 50,000 Euro. Ich bin kaum gedacht, ich könnte hier zu Schlafen anpacken, aber das ist die Zeit. Aber das ist die Zeit. Aber das ist die Zeit, wo ich jetzt bin. Die Zeit, wo ich jetzt bin, weil wir ja noch zehn Jahre lang waren. Und das waren uns dann noch die Zeit. Aber wir haben uns nur noch ein paar Jahre. Ich habe nichts mit dem Gehörlighen. Das ist das Ganze für uns. Und das ist nichts mit einem Gehörlighen. Ich habe einen Gehörlighen geholfen. Okay, jetzt ist es los. Ja, gut, dann. Jetzt ist es los. Ich muss noch nicht vergleichen. Ich bin nicht schon gleich. Ich bin schon gleich gut, aber schon nicht. Go straight on, that's right. Yeah, 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 that's right. No, that's the normal Stecker. The other Funkgeräte also have. And the red is just 5 Pol. And 4 Pol could I have. But why should I have that. That's a whole hell of a Stecker. Aber ich brauche 5 Kohl. Ich war in ganz Fellbad, ich war in Essen, bei Konrad, ich war bald, ich kann es nicht vergessen. Und im Internet bestellen. Von mir bist du nicht gewählt. Ich habe aber viel noch ein Geld. Nee, jetzt haben sie... Früher hatten sie ganz andere Strecke. Sie passen wirklich nur beim Präsidenten. Jetzt steht noch die Albrecht. Aber ich weiß, dass du da auch bist, aber ganz anders. Ja, das kann ich dir nicht mehr genau sagen. Ich meine, da wäre einer in der Mitte gewesen früher. Ich habe... Ich habe früher in der Lincoln besessen, vor 30 Jahren. Und habe mir jetzt wieder eine besorgt. Ich hätte ja die Albrecht. Und das ist ja auch schon. Die habe ich wieder umgetauscht. Gegen meine Linke. Hast du das für die Albrecht? Was die Führer für nachkunftspreis? Ja, ja. Super Empfänger. Kann man nicht hören. Kann man nicht meckern. Aber ich brauche die Linke für was anderes. Kann ich mit der Albrecht nicht machen. Ich habe die hier auch. Ich brauche die Linke für die Albrecht, aber in meinem Befamilf besser. Der ist auch nicht so groß. Ich weiß noch gar nicht. Auf der Land kann man ihn kaum sehen. Das macht nichts. Den Kaup GF 6 Schubsen Adapter und den kannst du wieder in den Rauf stecken. Ich klaue dir noch für dich eine Brustkügel, kein Geld, nein. Oh, wir sind so eine tolle Freunde. Ich hab da mal ne Frage an dich. Weißt du, wie viel Kilogramm Kühe am Tag kacken können? Ich weiß auch nicht. Ich hab da noch 5 Minuten drüber gesprochen. Und wir haben mir gesagt, einen ganzen LKW-Folgen, so 20 Minuten am Tag, so einer Teil, hat er gesagt. Ich weiß aber auch nicht genau. Echt, das gibt es, das kommt voll kaltig darüber zu reden. Ich schikanier mich da auch so ein bisschen. Ich bin hier ganz ehrlich zu dir, weil du bist mein bester Freund, dir kann ich alles sagen. Ja, wir sind jetzt wie Ernie und Perl, wir gehen auch zusammen ins Bett. Ja. Ja. Und... Ihr nehmt auch meine Nase, kurz. Das ist das... Und das ist auch ein Freund, da. Ja. 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 Straße. they這些. Ja. Ja. BER. keine Ahnung. Naul, dann wird es auch nicht dran machen. Ich θα typeние. Ohje. Wie?」 Was fragt auf einmal? Die? Das ist Dave, in St. Albans. Und ich bin auf der gleichen Front. Und ich bin hier auf der anderen Seite. 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 So, ja, es ist gut, Dave. Ich bin hier auf der anderen Seite. Ich will nur wieder versuchen, zu sehen, ob ich nicht mehr auf der anderen Seite von der anderen Seite. Time to hit the road. Kollegenfahrt Richtung Karlsruhe, Staukopf ist kurz in der Auffahrt.